Guten Morgen liebe Garteln und Wirkeln Fans, unser Liguster treibt schon aus und deswegen ist der Frühjahrsschnitt notwendig. Jetzt haben wir Anfang März die ersten Knospen bekommen, wir werden einmal kurz formen. Den restlichen Zuwachs vom Vorjahr werden wir abschneiden, das war so ein guter Meter. Für das brauchen wir Gartenhaum, Handsch, ein Schmiermittel, eine Brühe, eine Fetzerl, so einen, einen kleinen davon und eine Heckenschere. Das ganze wird halt ein bisschen mühsam, wenn das Starterschnürchen abreißt. Das werden wir jetzt schnell austauschen und dann geht es weiter. Und da die Starterschnurgehäuse direkt über den Auspuff liegt, könnt ihr euch vorstellen, dass der jetzt mehr wie handwarm ist. Die Starterschnurgehäuse direkt über den Auspuff liegt und der Nemesis liegt an deriativen Mascharin. Und das die Schmiermittel, die die Schmiermittel- und Schmiermittel kommen, noch auf die Schmiermittel zu den Auspuff liegt. Die Startert ermöglicht und die Schmiermittel. Und dann wird das Calaum nach den Auspuff. Das war die Schmiermittel. Die Schmiermittel ist immer wieder ansonsten und nur eine Schmiermittel zu machen. Den ersten Teil hätten wir erledigt, den restlichen Ligusterüberstand vom Vorjahr haben wir abgeschnitten. Jetzt geht es um die Basel, die übergeblieben sind. Die werden wir mit der Ostschau abschneiden. Die werden wir dann ca. 20cm hochkommen, damit sie da unten frisch austreiben können. Und um die Geschichten geht es. Unser Liguster ist teilweise schon veraltet und so kannst du ihn wieder verjüngen, indem du einfach ein Stück weiter hochschneist. Dann treibt er wieder frisch aus und wird wieder schön und ein paar Kanten schön formen. Und damit beseitigt man auch gleich die Frostschäden, die über den Winter passiert sind. Nachdem das ein bisschen länger dauern wird, nehmen wir die Kopfhörer, hauen wir ein bisschen Entspannungsmusik auf, schneiden die ganze Hecken um 20-30cm tiefer. Das machen wir so alle 7-8 Jahre, dann treibt sie wieder von unten aus und wird wieder schön. Wir sehen uns nachher wieder. Guten Morgen liebe Garteln und Berkeln Fans, mittlerweile ist der nächste Tag. Wir haben stundenlang die kleinen Dinger zusammengeklappt. Ein Teil haben wir eingehäckselt, das wird als Mulch verteilt. Die Hecken sind runtergeschnitten, schaut wild aus. Dahinten ist ein richtiges Gestrüpp und auf alle Fälle sind wir froh, dass wir es gemacht haben. Und dann geht es in die nächste Runde. Sobald der erste Regen da ist, werden wir düngen mit der Brennnesseljauche, die wir gemacht haben. Für den kleinen Garten haben wir 200 Liter, das heißt wir haben in 2 Monaten 5 Meter anwählt. Das passt genau. Wenn euch das gefällt hat, Daumen auf, Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Es werden laufend welche Videos kommen. Bis zum nächsten Mal dann. Bleibt gesund. Pfiat. 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 Untertitelung des ZDF, 2020